Heute kommt ein kontroverses Thema, aber ich habe das Gefühl, es ist Zeit, dass wir darüber mal sprechen. Denn ich finde es immer wieder verrückt, wie wir Zeit und vor allem auch Geld Gründer und Geschäftsführer in eine schicke neue Webseite stecken und LinkedIn vernachlässigen. Und tatsächlich hören wir das aktuell immer wieder in Telefonaten, dass Leute sagen, hey, ich möchte gerne mit LinkedIn starten, aber wir müssen erstmal unsere Webseite aktualisieren. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich habe das Gefühl, wir haben uns schon die Hand an der Herdplatte verbrannt, haben mehrmals Agenturen beauftragt, unsere Webseite zu aktualisieren. Wir haben sogar so einen ganz großen Relaunch vor ein paar Jahren mal gemacht, wo wir wirklich 25.000 Euro in die Hand genommen haben. Eine super schicke Webseite hatten, LinkedIn-Post dazu gemacht haben, Newsletter gemacht haben und am Ende außer ein bisschen Applaus ist nichts gewesen. Es kam kein ernstzunehmender Lied darüber und die Seite sah wirklich gut aus, war Conversion optimiert etc. Und seitdem bin ich so ein bisschen von Webseiten geheilt und denke heute eigentlich nur noch in Sales Funnel. Und dieses Video will ich wirklich mal pragmatisch mit dir einsteigen, was für Funnels du hast, warum auch LinkedIn einfach ein guter Startpunkt ist. Und warum man vielleicht auch als Gründer es einfach mal aushalten muss, keine neue Webseite zu launchen. Weil ich glaube, das ist so das größte Problem, dass man sich einfach nicht wohl fühlt damit, dass die Webseite nicht irgendwie auf dem neuesten Stand ist, nicht aktuell ist etc. Ich würde sagen, wir springen rein und ich zeige dir mal ein paar Sachen, die aus meiner Sicht viel, viel besser funktionieren als jede schicke neue Webseite. Ich bin jetzt einfach mal auf meinem LinkedIn Profil und das, was du hier sozusagen siehst, ist, dass hier unten in der im Fokus Sektion so der beste Ort ist, um die Leute in den nächsten Schritt zu bekommen. Und du siehst hier zwei Sachen. Du siehst zum einen das erste, dass die Leute sich hier unsere Algorithmus Checkliste runterladen können. Und das ist auch das erste, was ich dir mitgeben möchte, dass man unbedingt auf LinkedIn mittlerweile ein Lead Magnet braucht, um die Leute in seine Welt zu bekommen und vor allem auch Leute identifizieren will, die an deinem Thema interessiert sind. Und du siehst, ein relativ simpler Funnel. Die Überschrift ist es. Hier sieht man ein Vorschaubild von dem Lead Magnet und hier kann man sich die Checkliste sichern. Und hier habe ich halt noch ein paar Ergebnisse reingepackt, damit die Leute einfach sehen, was mit der Checkliste möglich ist. Und die Idee ist, dort die Leute sozusagen in unsere Welt zu bekommen und dass sie sich das Ganze runterladen können. Wenn du sozusagen mal sehen willst, wie diese Checkliste aussieht, damit du ein Gefühl dafür bekommst, das ist wirklich ein ganz schönes Brett geworden. Es sind mittlerweile, du siehst hier fast 60 Seiten, wo wir wirklich unsere besten 30 Tipps rausgeben, um mehr Reichweite auf der Plattform zu bekommen. Also dahinter steckt ein richtig gutes Dokument und deshalb versuche ich natürlich auch, dass möglichst viele Leute sich das runterladen. Und das Ding ist, das Problem ist, an so einem Funnel klassischerweise, wenn wir mal wieder hier vorne einsteigen, an so einem Lead Magnet Funnel, wenn man ihn mal so bezeichnen würde, ist meistens das Problem, dass die Leute sich das runterladen und das war's. Also das bedeutet, sie schnappen sich das Dokument und dann hörst du nie wieder was von ihnen. Und jetzt kommt der Geniestreich, den ich dir zeigen möchte, wie man das Ganze sozusagen weiterentwickeln kann und ein bisschen mehr Spaß damit haben kann. ist, dass du das sozusagen hier nimmst als Aufhänger, dass sich Leute sozusagen eintragen. Und jetzt kommen sie zu einer nächsten Seite, wo wir jetzt eine Brücke bauen, wo wir versuchen, die Leute in ein Training zu bekommen, beziehungsweise in ein Video zu bekommen. Und du siehst, ich mache hier eine ganz einfache Brücke auf. Glückwunsch, die Algorithmus-Checkliste ist auf dem Weg zu dir. Viel Reichweite auf LinkedIn bringt dir nichts. Wenn du sie nicht in Leads und Kunden konvertierst, sieh dir jetzt unbedingt das kurze Video an. Und jetzt habe ich hier wirklich ein 15 Minuten Video, wo ich den Leuten sozusagen erkläre, was notwendig ist, um die Reichweite, die sie durch die Algorithmus-Checkliste sozusagen bekommen, auch wirklich in Inbound-Leads und in zahlende Kunden zu konvertieren. Und du siehst, das ist halt ein cooler Geniestreich. Die Leute kommen für die Algorithmus-Checkliste und bleiben sozusagen für das Video und haben jetzt hier die Möglichkeit, direkten Termin sozusagen bei uns anzufragen, wenn sie gewisse Fragen beantwortet haben und wir immer aktuell Kapazitäten haben. Das bedeutet, das ist halt ein super schlanker Funnel, der tausendmal besser als jede standardmäßige Webseite funktioniert. Und ich kann Ihnen mal zeigen, ich glaube auch unsere Webseite heute ist schon ein Stück weit sozusagen optimiert mit allem, was dazugehört. Aber selbst da, darüber komme ich annähernd so viele Termine wie über diesen schlanken Funnel hier. Und das möchte ich dir auch am Ende mitgeben, dass sozusagen so ein Funnel immer jede Webseite, jede Landingpage, jede Salespage schlagen wird, weil hier in diesem Fall kommen die Leute für ein cooles Dokument, was sie haben wollen, wenn du das hast, wenn du etwas am Ende hast, was die Leute haben wollen. Und wenn du dann sozusagen einen guten VSL, das bedeutet Video Sales Letter schreibst, das ist genau das hier, dann buchen sich die Leute im Nachgang einen direkten Termin bei dir und das ist natürlich das Coolste, was passieren kann. Und du siehst, das ist ein relativ schlanker Flow an sozusagen Schritten, die du machen musst. Das Coole ist, dass wir mittlerweile zusammen mit Perspective arbeiten und Vorlagen entwickelt haben für unsere Kunden in der, sowohl in unserer Social Leads Academy als auch in unserem Mentoring, dass du wirklich reinhüpfen kannst und genau den Funnel, den ich dir gerade gezeigt habe, runterladen kannst, installieren kannst und mit ein paar Klicks sozusagen online hast. Also wenn du Bock hast, dir genau diesen Funnel zu sichern, dann einfach auf die Social Leads Academy.de gehen und da den Probemonat dir sichern. Dann kriegst du hier genau dieses Template, wo das sozusagen alles schon fertig ist und du eigentlich nur Bilder und Texte austauschen musst. Das hat mich ehrlicherweise verdammt viel Zeit und Kopfschmerzen und Haare gekostet, weil ich mir alle Funnel-Tools da draußen angeguckt habe, von ClickFunnels über Funnel-Cockpit über HubSpot über was gibt es noch, was habe ich mir noch angeguckt. Also wirklich jedes Tool gefühlt habe ich mir angeguckt und meine große Prämisse war ein Tool an die Hand zu geben, was wirklich leicht ist zu bedienen und was man an alle bestehenden CRM-Systeme anschließen kann. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil von Perspektive aus meiner Sicht, dass es super einfach zu bedienen ist, das aus meiner Sicht super schick ist, schnell ist und man ist vor HubSpot, vor Go High Level, vor Pipedrive, vor Salesforce davor bauen kann und einfach richtig gute Funnels hat und dann an seinen CRM übergeben kann. Und deshalb habe ich auch mir viel Zeit genommen, um diese Vorlagen zu basteln, damit du so schnell wie möglich diesen Funnel online hast. Und jetzt ist das Coole, dass ich das eigentlich nur noch geklont habe, weil jetzt auch der zweite Link, siehst du, schicke ich die Leute bei uns nicht auf die Webseite, weil ich einfach weiß, dass unsere Webseite zwar zu einem gewissen Prozentsatz sozusagen konvertiert, aber ich weiß einfach, dass auch alleine das Video, also der Video Sales Letter, auch einfach nochmal tausendmal besser funktioniert als eine klassische Webseite. Und das bedeutet, der zweite Link ist eigentlich nur eine kleine Kopie von dem, was ich hinter dem Lead Magnet gebaut habe, wo sich die Leute alleine sozusagen jetzt das Ganze hier angucken können. Und wenn man das jetzt wirklich auch dann noch, ich glaube bei meinen Posts am Ende sehe ich das, hier genau zur Webseite, wenn du es da dann auch noch einbaust, dass die Leute auch da direkt landen, dann ist das eigentlich alles, was du brauchst, um wirklich verlässlich Inbound-Leads und auch Kunden über LinkedIn zu gewinnen. Was ist da dran der Kasus-Knaxus sozusagen? Woran kann es dann am Ende scheitern? Die erste Challenge ist natürlich, erstmal einen Lead Magnet zu entwickeln, den wirklich deine Zielgruppe haben will. Und da dran ehrlicherweise scheitern die meisten, weil sie nicht auf die richtigen Ideen kommen, weil sie nicht auf die richtigen Titel kommen und vor allem, weil sie auch nicht wissen, wie sie das Dokument so bauen, dass es am Ende wirklich konvertiert. Aber wenn du das hinbekommst und das ist tatsächlich auch Teil von unserer Social Leads Academy und deshalb bin ich auch so ein großer Fan davon, da wirklich für einen schmalen Taler reinzuspringen, weil wir dir ganz genau zeigen, wie du da sogar ein Lead Magnet bauen kannst, dann hast du da wirklich in wenigen Stunden super verlässlichen Lead Magnet mit allem, was da zugehört und den Funnel, der dazu gehört. Und der zweite Part und das ist tatsächlich etwas, was wir nur mit unseren Beratungskunden machen, weil das deutlich aufwendiger ist, ist so ein Video Sales Letter zu schreiben. Da ist auch der Prozess, den wir sozusagen machen, dass wir mit unseren Kundinnen und Kunden im Mentoring immer erstmal ein ausführlicheres Webinar sozusagen schreiben, meistens so 30 Minuten und das können wir dann perfekt eindampfen und daraus so ein Video Sales Letter zu machen. Und das ist halt am Ende das Coole, dass man wirklich sagt, hey, man hat ein längeres Webinar, was man einmal pro Monat live halten kann und die Quintessenz davon, sozusagen die Summary davon, diese 10 bis 15 Minuten kriegt man dann einfach da draus und macht da draus ein Video Sales Letter. Das bedeutet, wenn du auf LinkedIn unterwegs bist und dein Profil optimieren willst, dann tu mir den Gefallen, ja, pack da nicht deine Webseite hin, ja, weil wie gesagt, sie wird gegen jeden Sales Funnel verlieren, sondern schau dir mal wirklich die zwei Funnels auch gerne auf meinem Profil sozusagen an, die ich hier habe. Zum einen sozusagen den Lead Magnet als Köder zu nehmen, um dann die Leute in den VSL zu bekommen oder direkt halt den VSL sozusagen packen und that's it. Und dann buchen die Leute darüber bestenfalls einen Termin bei dir, es kommt zum Gespräch und darüber kriegst du bestenfalls deine Kunden. Der große Vorteil ist hier natürlich jetzt auch beim LinkedIn Profil, worüber wir natürlich noch kurz sprechen müssen, ist, dass du jeden Monat hier sozusagen Profilbesucher hast und natürlich auch über dein Content extrem viele Leute erreichst, die dann auch auf dein Profil landen und sozusagen dann in den Funnel sozusagen laufen. Und das ist der große Vorteil. Natürlich kann man das auch bei der Webseite hinbekommen, aber außer man ist ein absoluter Crack in SEO und das dauert auch gefühlt erst mal drei Jahre, bis der erste Besucher darüber kommt und kostet mittlerweile auch verdammt viel Geld, weil da nur noch Profis unterwegs sind oder man wirklich richtig Ahnung hat von Google Ads. Ist aus meiner Sicht eine Webseite vielleicht noch heute eine coole Visitenkarte, wo man ein Stück weit zeigen kann, guck mal hier, das machen wir. Aber wirklich, wenn du eher in dem Spiel bist zu sagen, hey, ich bin da ein bisschen emotionslos und ich brauche jetzt nicht die schickste Webseite, sondern ich will einfach nur Inbound-Leads haben und Kunden haben, dann konzentrier dich wirklich lieber auf dein LinkedIn-Profil und konzentrier dich lieber auf diese Funnels. Wenn du Bock hast, dass wir bei dir mal drauf schauen, was du bereits auf LinkedIn machst, was funktioniert und was nicht funktioniert und wir gemeinsam eine Roadmap entwickeln, wie das Ganze funktioniert, kannst du natürlich über sozusagen diese beiden Funnels hier, die einfachen LinkedIn-Audit anfragen mit uns oder du gehst einfach auf leadersmedia.de und fertig. Das Ganze ist für Gründer und Geschäftsführer komplett kostenfrei und dort gucken wir uns wirklich ganz ausführlich an, entweder ich oder jemand aus meinem Team, was du bereits machst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Link dazu findest du hier natürlich unter der Podcast-Folge oder auch unter dem YouTube-Video. Würde mich freuen, mit dir zu sprechen, weil das Coole ist, dass wirklich, egal ob du noch überlegst, mit Content zu starten oder bereits schon regelmäßig postest, wir konzentrieren uns wirklich da drauf und das kann ich vielleicht dir in diesem Video nochmal als geben, dass wir wirklich so schnell wie möglich es mit dir hinbekommen, Reichweite aufzubauen, also wirklich, was sind auch so die großen Schlüssel, wenn man auf LinkedIn Gas geben will und das ist zum Beispiel das, was wir auch im Mentoring hier gemeinsam machen. Erster Schlüssel ist, dass dein LinkedIn-Profil wirklich nachvollziehbar ist, dass die Leute wirklich verstehen, was du tust. Dann eine zielgruppenbasierte Content-Strategie, da sehe ich auch immer wieder Gründer, die einfach aus dem Bauch heraus posten und das funktioniert leider nicht, wenn da nicht ein roter Faden drin ist. Und dann der große Fokus bei uns in der Zusammenarbeit und warum auch viele zu uns kommen, ist einfach, dass sie Reichweite brauchen. Du musst mindestens 100.000 Ansichten in 90 Tagen mal knacken, zumindest ist es das Ziel, was wir auch immer anvisieren. Bei vielen Kunden schaffen wir es, was extrem cool ist, auch gerade in Branchen, wo man es nicht erwartet. Und dann hat man die Chance, schon proaktiv natürlich an die Leute heranzutreten, die in deinem Content aktiv sind. Es geht nicht darum, irgendwelche Massennachrichten zu verschicken, sondern an die Leute, die bereits warm sind, Nachrichten zu verschicken, weil es meistens die einfachste Strategie ist, um schnell Termine zu bekommen. Und Phase 2, da launchen wir dann in unser Mentoring den Lead Magnet Funnel mit dir, also wirklich entwickeln Ideen, konzipieren den Inhalt mit dir, zeigen dir, wie du das Ganze promoten kannst über LinkedIn und bauen dann auch den Funnel gemeinsam mit dir, mit allem, was dazugehört, zeigen dir die Basics von E-Mail-Marketing, weil du willst auch über die Zeit natürlich deine eigene E-Mail-Liste aufbauen, weil das einfach ein Riesenhebel ist, wenn du wirklich monatlich Leads und Kunden gewinnen willst. Und dann wirklich so das Herzstück, und da habe ich im letzten Video darüber gesprochen, ist wirklich ein Webinar, einen Inbound-Vortrag zu entwickeln. Und auch da ist LinkedIn die perfekte Plattform, da brauchst du keine Webseite für, sondern machst das Ganze von LinkedIn aus, lädst du die Leute über verschiedene Strategien sozusagen ein, hältst das Ding abseits der Funnels, die ich dir heute gezeigt habe, einfach einmal pro Monat live. Und das sind sozusagen die drei Säulen, die man braucht, um wirklich verlässlich über LinkedIn Leads zu bekommen und Kunden zu gewinnen. Und wirklich viele Leute haben vielleicht schon so ein paar Puzzlestücke, haben schon ein bisschen Content, haben vielleicht schon mal ein Lead Magnet gebaut. Aber wir können wirklich gerade im Mentoring in wenigen Wochen das Ganze umsetzen, aufräumen und du wirst sehen, wie schnell du plötzlich Leads über LinkedIn bekommst und wie viel Spaß das auch macht, gerade wenn man so ein Webinar zum Beispiel hält und da die richtigen Leute mit dabei sind. Wenn sich das gut anhört und wir wirklich mal schauen sollen, wie diese Roadmap auch für dich aussehen kann, gerne einfach mal auf leadersmedia.de gehen. Schau dir gerne auch unsere Case Studies und unsere Testimonials an. Mittlerweile ist hier die Wand so voll mit den Dingern und wir haben noch ganz viele in der Pipeline. Und dann frag gerne ein kostenfreies Audit mit mir oder mit jemandem aus meinem Team an. Ich hoffe, dass dir dieser sozusagen dieses Runterbrechen heute geholfen hat, mal zu verstehen, was wirklich heute mittlerweile tausendmal besser als eine Webseite ist. Lass mich mal gerne in den Kommentaren wissen, wie du das ganze Thema siehst, ob du noch ein großer Fan von Webseiten bist oder auch schon in Sales Funnels denkst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.